... 3, 2, 3, 2, 1, weiter! 3, 2, 1, weiter! 3, 2, 1, weiter! Ich würde gerne mein Schild wieder mitnehmen, dann musst du aber hier weg, wenn ich mein Schild mitnehmen will. Das kannst du machen, weißt du, es läuft ja die ganze Zeit hinterher. Na komm dann, wir machen ein Schild-Action. Das ist weit, ich kriege ein Auto. Da steht die Pack, pass auf. Bist du links oder Rechtshänder? Bist du rechts oder Rechtshänder? Ich bin links. Alles klar. Wollen wir ein bisschen vorgehen? Jetzt kommt Jungs. Wo bleiben diese Buben? Denk doch an die Packschild hinter uns. Wir halten links. Wir kommen raus und wieder! Achtung! Alex, kannst du noch wirken da? Ja. Dann sind wir raus. Wie weit geschossen wird, manche steht auf dem Boden. Eins, zwei Uhr kommen die alle. Links! Großer Baum, zwei Finger breit, links davon. Drei Mann! Im Wald hocken sie auch überall drin. Siehst du, Alex? Meinst du jetzt den ganz Großen ohne Äste? Ja. Da habe ich die ganzen Büsche davor. Zwei Finger breit daneben sind sie drin. Du könntest die vielleicht sehen. Eins ist in der Baum. Zwei Finger breit daneben. Links, die ganzen Visiere. Da sind viele Westen rumlaufen. Da, wo die Weste jetzt ist. Genau da waren sie eben. Da läuft einer. Auf der anderen Straße. In dem Hütchen. In dem Gras drin waren gerade welche. Okay. Geradeaus durch. Zwölf Uhr, komm. Zwölf Uhr, Stück. Ich seh'n dich. Genau, geradeaus durch. Von hier ungefähr zwölf dreißen. Ja, seh'n dich. Ich seh'n die Barrikade, Männer. Hinter der Barrikade ist er grad... Nach rechts rufen. Okay, ja. Taschen. Wir werden gesehen. Arren und hier. Kommen. Da. Siehst du's? In der Lichtung immer hinten. Nee, ich hab grad bei euch hingeguckt. Wenn du genau hinter das Hütchen guckst. Da in die Lichtung. Da hinten latschen sie die ganze Zeit durch. Okay. Wichtiges Gitter hier durchgucken ist ein bisschen... Ja, da siehst du nix. Ja doch, siehst du. Aber da musst du echt konzentrieren. Lade. Links am Baum sind sie immer noch. Ja genau da. Hinten der Hut da. Ja genau da. Hinten der Hut da. Ja genau da. Ah. Scheiß sie immer weg. Da ist einer mit... Oh, what the fuck. Ich hab grad meine Kugel aus der Luft geholt. Echt jetzt? Ohne Scheiß, Alter. Ich hoffe, ich hab's aufwand. Weg damit. Ich hab nicht gesehen, wo's hergekommen ist. Ich hab keine Maske beschlägt. Nee, ich hab keinen gefühlt. Pong. Jetzt kommen sie. Einschlag. Da ist das letzte. Hier er macht die Kass an Fireteam Charlie. Vorrückchen zur Pack wir unterstützen. Genau hinter dem Hütchen. Genau hinter dem Hütchen. Genau hinter dem Hütchen. Genau hinter dem Hütchen. Oh, scheißt die Wand an. War knapp. Wir kriegen gleich Versteckung von Charlie. Hinter dem Hütchen. Der kommt raus. Der kommt raus. Jetzt kannst du. Oh, what the fuck. Alex, schießt du den? Nee, den macht jemand vom Rükschland. Ah, dann haben wir den weggerannt. Das Bies führt im Wasser lang, wenn ich das richtig verstanden hätte. Das geht aber nur hier, es gibt keinen anderen Weg. Scheiße, Alter. Jetzt zocken sie vor uns, aber sie konzentrieren sich auf uns, sind sehr abgelenkt. Wir brauchen noch einen mit ein bisschen Power-Kreis. Mit Kadenz? Haben wir hier kein MG gehört? Dann schreib mal nach hinten. Steven! Diese Black Falcon Jungs haben doch einen MG dabei. Soll hier herkommen? Genau, auf 12 Uhr, links von dem Hütchen. Da kommt einer raus. Links? Ich komm nicht so weit links rum. Okay. Ich muss nicht so weit raus gucken. Scheiße. Uiuiuiuiui. Steht es da hochkommen? Fragezeichen? Dann kommen sie rauf gesetzt. Steht es da hochkommen? Wir weichen alles nach hinten. Das Bies kommt durchs Wasser. So lobe ich mir das. Das ist mein Schild, oder? Da kommt der Mutdruck. Ja, die Tür. Wenn du denn mit sechs Mann dahinter bist oder so? Wenn einer noch rechts ein Schild hatte oder so? Dann kriege ich auch eins. Oh, da hat er noch irgendwo eins. Das Captain America Schild ist auch noch meins. Das muss irgendwo da hochkommen. So eins habe ich auch zu Hause. Jetzt sind sie im Gebüsch. Siehst die zwei Bäume gerade hin? Ja. Da hocken sie gerade. Da siehst du ihn? Ja, ja. Ah, der ist hit. Nein, der ist hit. Der ist hit. Dahinten hat noch einer. Da siehst du ihn. Haben wir einen Rechtssniper? Wo ist Rico? 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 Die haben einen Sniper. Wir können auch wieder ein Stück vor, wenn ihr wollt. Wenn ihr das Fahrzeug gleich kommt, müssen wir eh hinten bleiben. Ja. Ja. Ja.